Warum sollst du dich vertragen? Warum darfst du nicht gleich schlagen? Warum gibt es Regeln hier? Hör mal zu, ich sag es dir. Miteinander geht es besser, mach doch einfach mit. Ich will mich ja gern vertragen, ich will auch nicht immer schlagen. Ich will Regeln gern verstehen, es muss auch ohne Schreien gehen. Miteinander geht es besser, mach doch einfach mit. Darum lass uns jetzt vertragen. Lass uns etwas Nettes sagen. Lass uns gemeinsam Regeln machen. Dann geht's uns gut und wir können lachen. Miteinander geht es besser, mach doch einfach mit. Miteinander geht es besser, bis zum nächsten Mal. Miteinander geht es besser, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.